Hallo und herzlich willkommen zu einer World of Warcraft in dem Tempel von Katmogu Ich bin gerade 82 geworden und ja, freu, freu Wenn ich es weiter mache, bin ich Ende nächstes Jahres 110 Oh, da gibt es Buffhut Zur Runde brauche ich ja nicht viel zu sagen Die haben euch gestern auch schon gesehen Leider haben wir gestern total verloren Aber, wie ich ja immer sage So was passiert, shit happens An den einen Tag, die wir nie an Und am Tag verlierst du halt Mein Lieblingsspruch von den Menschen her Was hab ich dir empfinde Liebe geht meinem Mann durch den Magen Aber ich geh durch seine Rippen Ja Liebe geht bei einem Mann durch den Magen Aber ich geh durch seine Rippen Das ist ein bisschen brutal an Ohne hier War noch nützmachend Kann ein Kannibalismus Ende sein? Das ist doch ganz normal Kann ich mein Lismus so ganz normal Nur durch machen Zack, außerdem Ich schnapp mir grün Grün ist meine Lieblingsfarbe Ich schnapp mir Ich frage die Rippen Und das ist das Er ist das ? Ich schnapp mir Das ist ... Ich schnapp wenn ich Ich bin gestandt, oder ich fahre gestandt. Wir haben mich gekillt. Ach, Menno. So, jetzt aber. Jetzt machen wir keine Russen als Gegner. Ich kann mich nicht mehr machen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ok ich habe Leila verloren und jetzt wir nehmen uns wieder 5,4,3,2,1 go oh Das war's. ich warte die ganze zeit und dann hauen sie einen um ich habe durch die quest ein paar beste sachen gekriegt ein paar so verkaufe ich gleich erstmal meine sachen hier so 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 irgendwas mache ich doch falsch na egal es ist aber nur ein spiel so 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 jetzt schauen wir mal an wen wir uns holen so 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 da schläft bei ihr ein na na wo und gleich vorbei so 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 Fähigkeit hatte ich gekriegt mit Katzengestalt kann euch mal zeigen die haben die Quatschen benutzt wenn wir vorne DGA zerfleddern ja im Hexer verloren von den Krieger war das hey ich hab doch Hexer dort es gab na dann Heichkings bei verloren der Krieger alleine hätte auch keine Chance gehabt so zwei sind in unserem Besitz einer in der Ali Besitz mal wieder gestummt und 25 noch 15 noch so ich bin immer in den unteren dritten am ende des spiels na gut aber nicht dazu gut ich hoffe euch hat die Runde gefallen und ich hoffe euch hat die Runde gefallen und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss tschüss